Nass aufgewacht, der unvergleichliche Duft von Uri. Auf ihrer Fortbildungsreise pinkelt Henrike ungewollt in das Bette des firmeneigenen Tagungshotels. Sie schämt sich furchtbar und bricht in Tränen aus. Die Reinigungskraft Julia hingegen, die das feuchte Betttuch wenig später entdeckt, spürt auf der Stelle die Lust in sich aufsteigen, die der wunderbare Duft in ihr weckt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest Du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de